Yo, Leute, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich Willkommen zu einer neuen GTA 5 RP-Folge. Und Leute, heute ist so ein krasses Ereignis passiert, Leute. Wer Max' Video abgecheckt hat, hat gesehen, der hat eine Challenge aufgemacht, Leute. Und zwar, er hat so getan, als ob er arm wäre und hat seine Freunde, unter anderem mich zu Russack, nach Geld gebeten. Und ob wir dem vielleicht irgendwie helfen können. Und ich hab ihm geholfen, Leute, weil klar, ist er ein Bruder. Und er hat sich mir einfach belohnt, Leute. Und wie er es mir belohnt hat, Leute, ihr glaubt es kaum. Ihr könnt ihr haltet euch fest, Leute. Er hat mir sein Autohaus geschenkt. Und das heißt, wir haben ein neues Business am Start. Das Ganze werden wir abchecken, Leute. Gucken, was wir noch machen müssen, Leute. Das heißt, wir können tunen, wir können Autos kaufen, verkaufen. Leute, das wird eine wilde Zeit, Alter. Aber von wegen starten die Autohaus, Leute. Werden eure Number One Autos hier in Los Santos, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne einen Like da, Abonniere Channel, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir fahren zum Autohaus, checken alles ab, Leute. Und gucken, wie wir jetzt weitermachen. Let's go! Okay, Leute, wir sind gleich angekommen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich bin richtig hyped, Alter. Mein eigenes Autohaus, mein eigenes Business. Oh mein Gott, Leute. Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Hier vorne ist es, Leute. Es ist wieder komplett leer. Klar, er hat all seine Autos jetzt rausgetan, Leute. Ich glaube, der hat jetzt auch alle verkauft. Aber das heißt, wir haben hier einen Konkurrenten jetzt. Wir müssen unbedingt bei diesem Simon irgendwas, da müssen wir abchecken, Leute, was der alles verkauft. Weil wir müssen besser sein. Wir müssen besser werden als der, Leute. Okay, warte hier. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn, Leute? Ist das der Makler, der alles ready macht? Hallo? Amir? Ja, ganz genau. Ich bin arm, ja. So, endlich sind Sie da. Also, wir haben hier, ich will Ihnen ganz kurz zeigen, hier die Unterlagen, die Sie noch unterzeiten müssen. Hier bitte einmal unterschreiben. Ja, gerne. Richtig. Alles gemacht. Richtig so. So, also, in der Teilungserklärung steht drin, dass Sie auch die Werkstatt besitzen. Ja, richtig. So, hier ist das Büro, hier ist die Chill-Area, hier können Sie entspannen. Hier haben Sie genug Platz für Ihre Autos. Oh, sogar ein Bankautomaten. Nice. Natürlich, falls mein Kunde auch ein bisschen barisch abheben muss. Ja, klar, klar. So, dann kommen Sie kurz mit, Sie haben den neuen Büro-Raum. Sehr gerne. Und falls Sie noch nicht wissen, hier hinten geht es dann rüber zur Werkstatt. Ja, genau. Ja, ja, okay, Konferenzraum haben wir auch. Ja. Und Bindings, Business, alles. Und hier geht es natürlich rein in die Werkstatt. Boah, Leute, wie geil ist das denn? Leute, die ganze Werkstatt. Leute, das gehört nur uns. Die hohe Kleiderkabinen unten, ne? Und oben ist noch mein Büro. Ja, ja, oben Büro, das weiß ich, das weiß ich. Perfekt. Wir haben Sie gut gemacht, ne? Also, super. Ja, ja, danke. Dann gebe ich Ihnen jetzt die Schlüssel hier, bitte schön. Ja, oh, danke schön, Leute. Alles klar. Wir haben sogar noch die Schlüssel. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen was. Leute, es gehört mir. Okay, Leute, jetzt kommen wir als allerer, wir müssen was testen, Leute. Das geht so anders nicht. Wir müssen gucken, Leute. Ich werde auf jeden Fall erst mal meinen Porsche hochfahren. Leute, und dann werde ich ihn hochtun, Leute. Ich glaube, ich werde als allererstes meinen Porsche umlackieren, Leute. Einfach mal eine andere Farbe. Dann kommst du vielleicht noch andere Klamotten, Leute. Einfach, weil es ein neuer Abschnitt in meinem Leben ist. Einfach, weil es ein neuer Abschnitt in meinem Leben ist. Oh, Leute, es geht auf. Es geht auf. Es geht auf. Wir fahren jetzt natürlich erst mal den Porsche hier hoch. So. Mal gucken, ob dieses Ding hier klappt, Leute. Uff, 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 Leute. Let's go. Oh, mein Gott. Jetzt können wir hier von unten alles machen, Leute. Guckt euch mal an, wie geil das hier einfach aussieht. Leute, wir können jetzt hier um... Aber gut, wir wollen hier erst mal... Erstmal wollen wir nur färben, Leute. Aber ich wollte dieses Ding einmal ausprobieren. So, dann kommen wir wieder hier runter, lieber Porsche. Oh, Leute, 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 Leute. Neue Klamotten habe ich auch schon ready. Leute, was machen wir denn für eine Farbe ist jetzt die Frage, ne? Warum stelle ich ihn erst mal hier hin, Leute? Und dann würde ich mal sagen, wir färben das ganze Auto jetzt mal um, Leute. Wir werden das Ganze natürlich auch jetzt hier testen. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Farbe mögt oder welche Farbe ich in den Porsche reinklatschen soll, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Komm, ich bin doch gerade schön, ich habe frisch poliert hier noch. Alter, wie geil sieht das denn aus? Ey, Leute, seid mal ehrlich. Der Porsche, ich finde jetzt auch... Oh, Leute, ich habe ein bisschen Schramme vergessen, Leute. Die machen wir auch ganz kurz weg, Leute. Die machen wir natürlich jetzt auch hier weg. So. Wamm, wamm, wamm. Und es ist weg. Ey, Leute, wie geil sieht der Porsche denn? Ey, aua. Oh, ist der mit Ihnen los? Nein, Entschuldigung, mein Krebex. Nein, Amir, neue Werkstatt. Oh, kann ich mein Auto reparieren? Oh, das ist schon eine erste Kunde. Ja, kann ich machen. So, warten Sie ganz kurz. Hier, ich muss kurz mein Auto hier rausparken. Dann komme ich sofort rein. Warten Sie auf mich, ja? Das ist schon eine erste Kunde, oder was? Wie geil kommt das denn jetzt hier an? Dann mal bitte hier aufmachen. Leute, wir parken natürlich unser Auto hier hin. Leute, hier dürfen wir unser Auto hinparken, weil ich bin der Chef. Ich bin der Chef, Leute. Oh, mein Gott, wie cool ist das denn? So, ach, du heilige... Ey, was machen Sie da? Hallo? Was drücken Sie auf irgendwelche Knöpfe rum? So, nichts anfassen. Die haben wir uns verstanden. Ja, tut mir leid. Also, Sie brauchen nur eine Reparatur, oder wollen Sie auch ein bisschen Tuning dazu haben? Ne, nur eine Reparatur. Ach du. Ich habe nicht so viel Geld, ja. Ja, wie viel haben Sie denn? Also, die Reparatur kostet Sie bestimmt 5.000. Ja, reparieren Sie einfach mal. Ja, 5.000 macht das Ganze, ne? Ja, machen Sie mal erstmal hier. Hey, Leute, was ist denn mit dem Typen los? Aber komm, wir fahren natürlich erstmal hier drauf. Ich muss gucken, ob von unten alles okay ist, Leute. So, komm mal bitte hoch. Das war der falsche. Hoch, Leute, hoch. So, dann mal bitte einmal hier hoch. Ach du heilige Leute, guck mal, wie das verdellt ist. Aber, ich kann hier oben eigentlich jetzt nicht ziehen, was kann... Ach du heilige Leute, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? So. Kriegst du mal Power auf die Maul, Alter? Willst du mich umbringen, oder was? War doch nur ein Witz, ey. Was für ein Witz? So, entweder Sie zahlen jetzt, oder Sie können raus mit Ihrem Auto. Ich komme jetzt mal nicht so spitzig wie du. Wie, ich komme jetzt mal nicht so spitzig? So, nein, ich will jetzt nur noch Geld haben. So ist mir egal. Allein, weil Sie sich angegriffen haben. Hey. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Nein, nein, nein. Barrieren Sie mein Auto. So, warte, den schnapp ich mir jetzt. So, stehen bleiben. Ich knall dich ab. Bleib stehen. Ey, bleib stehen. Aussteigen. Ich schwöre, ich knall dich ab. Entweder, wenn jetzt noch einmal weiter... Ich will dich abknallen. Ich will dich abknallen jetzt. Mir reicht's. Hä? Oh, Leute. Ey, ich sage euch ehrlich, so ein drückiger, blöder Kunde. Den schaffe ich mir jetzt, Leute. Ey, der hat mich direkt am ersten Tag hier von irgendwelchen Typen vollidioten verarschen. So, da viel Spaß beim Reparieren, du Opfer. Oh, Leute, guck mal, was der für Unfälle baut. Leute, den wir jetzt töten, den wir jetzt töten, das ist mir egal. Ist mir egal. So. Oh nein, was ist das denn hier? Ey, du, ich habe dich doch gar nicht angefahren. Oh mein Gott, Leute, Leute, egal. Boah, Leute, guck mal, wie der am... So. Ja, das ist verpisslich jetzt hier. Mein Gott, Leute, was ist das denn für ein Warmduscher? Aber, Leute, guck mal, hier das Auto. Boah, das ist ein bisschen kaputt, Leute. Ich glaube, ich würde es reparieren. Oder einfach das erste Auto, wenn wir schon vielleicht zum Verkauf rausstellen, Leute. Das wäre es doch. Leute, lasst uns das Auto erstmal jetzt hier ein bisschen reparieren. So, wir werden das Ganze hier hinstellen. Und dann würde ich mal sagen, ab zum Reparieren, Leute. Okay, Leute, ich habe jetzt eigentlich alles repariert an dem Auto. Ich habe es ein bisschen aufgetüttet, Leute. Ich glaube, ey, seid gespannt, wie das aussieht, Leute. Warte, ich mache hier erstmal natürlich runter. Leute, seid ihr gespannt, seid ihr gespannt, Leute. Ich traue 3, 2, 1. Bam, guck mal, was ich im Auto gemacht habe, Alter. Wie geil sieht das denn aus? Und auf jeden Fall ein bisschen mehr an Leistung. Wir haben auch gut die PS erhöht. Schönen dicken Motor reingemacht, Leute. Der sieht jetzt vielleicht nicht so krass aus. Aber, Leute, also ich finde ihn schon nice. Ich finde ihn schon nice, Leute. Okay, lasst uns einfach mal in den Verkaufsraum stellen. Vielleicht kommt ja irgendwann ein Kunde, der es verkaufen oder kaufen möchte. Und dann, Leute, machen wir uns den ersten Plus, Leute. Wir müssen ja klein anfangen, Leute. Ich muss ja irgendwie ein bisschen Geld aufbereiten hier, damit ich mir neue, krasse Autos kaufen kann, die ich wiederum auftune und dann für teure verkaufe. So wird das dann ganz ablaufen. So will ich mein Geschäft aufbauen, Leute. Soll ich mal sagen, dass das erste Auto steht. Aber, Leute, ich muss auf jeden Fall mich jetzt auch rumziehen gehen, weil, Leute, mein Outfit passt nicht mehr zu meinem Auto. Und ihr wisst ja, Auto und Outfit muss matchen für den maximalen Drip, Leute. Deswegen, ich habe natürlich eine Tasche schon vorbereitet, Leute. Ich ziehe mich kurz um. Bam, Leute. Was sagt ihr zu meinem neuen Outfit, Leute? Sieht doch fresh aus, oder? Ja, das Blaue in den Schuhen passt hinten zur Kappe, Leute. Schön die Jacke zum Auto. Ich muss mal sagen, die sehen auf jeden Fall fresh aus, Leute. Ich muss mal sagen, Leute, lasst uns mal gucken. Lasst uns mal ein bisschen Verkaufsraum chillen. Vielleicht kommt ja irgendwann vorbei. Guck mal, beraten. Vielleicht will ich ein Auto repariert haben bekommen, Leute. Wie wissen Sie sich? Wir warten jetzt erst mal hier. Oh, Leute, Leute, Leute. Wie wir gucken. Ich bin echt gespannt, Leute, wie das ganze Geschäft ausgeht. Glaubt ihr, wir werden damit gut Geld verdienen? Oder glaubt ihr, wir würden so... Ah, meh. Oh, da kommt... Oh, schönen guten Tag, der Herr. Ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Warte, Bro, du bist doch der Typ, der jetzt jedes Auto leitet gegenüber von uns, Mann. Genau, genau, genau. So sieht es aus. Das Auto ausgeht jetzt. Aber ich könnte von den Jungs da hinten, ja. Ah, okay. Freut mich, ja. Oh, richtiger... Oh, was hörst du da? Ja, das ist jetzt mein erstes Auto, was ich zum Verkauf stelle. Ja, von mir selbst aufgezieht. Ja, sie... Sieht gut aus, oder? Ey, Bro, du hast dich gut angepasst, Mann, an uns. Wie glücklich ist das denn? Ja, was heißt er noch nicht angepasst, ne? Ich dachte, das Grün sieht halt cool aus, ne? Passt irgendwie zu dem Auto. Hast du extra für uns gemacht, gell? Ja, möchtest du das denn kaufen? Was kostet der Schlitten, Mann? Leute, was kostet... Eigentlich kostet das 3... Ja, 6.000 kostet der. Hey, Hobi, für 5.000 nehme ich den mit, Mann. Ah, komm, ey, das Grün ist doch verlockend, Alter. Machen wir 5,5, treffen uns beide in der Mitte. Hey, Hobi, 5.000, du hast hier deine Ruhe, ja? Wie, meine Ruhe? Ein Gefallen bei dir ist ein guter Gefallen bei mir. Ja, du zahlst mir 5.000 Bar auf die Hand? Ja, Mann, ich hab noch gebadet, Alter. Ja, ja, dann zahl, dann zahl mir, ja? Die 5.000, dann gleich das Auto mit drin. Oh, kein Problem, hier nimm das Geld, Mann. Ja, okay, perfekt. So, Dankeschön. Ja, gucken, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Auto. Sollte irgendwas sein, Probleme, Kratzer, komm einfach zu mir. Ich hab auch eine Werkstatt hier hinten, ja? Ja, Hobi, Alter, nice, Bro. Ja, perfekt, so, ne? Dann mach ich mal, ich mach dir kurz lieber an. Ich mach mal jetzt auf, Alter. Ja, ja, geht jetzt auf, geht jetzt auf, geht jetzt auf, da. Ich wünsch dir was, mach's gut. Boah, Leute, Leute, wir haben unser erstes Auto verkauft. Wie geil ist das denn, aber was machen wir jetzt? Leute, wisst ihr was? Lasst uns mal die Konkurrenz ein bisschen ausspielen. Lasst uns mal gucken, was die Konkurrenz so macht, Leute, weil, ich sag euch ehrlich, die Leute wissen noch gar nicht, dass ich da bin. Die wissen ja noch gar nicht, dass ich da bin. Heute ist mein allererster Tag. Ich werd mal gucken, dass ich da vielleicht gucken, was dieser Simeon macht und wie es bei dem läuft, Leute. Also, würd ich mal sagen, wir fahren jetzt zu Simeon rüber und checken das Ganze mal aus. Let's go! Okay, Leute, hier ist der andere Typ. Leute, wir dürfen, ich lass meinen Porsche nicht hier, Leute. Ich werd meinen Porsche wieder hinter der Brauchstelle verstecken, weil ich weiß noch nicht, was ich machen werde, Leute. Ich weiß, ich muss gucken, wie der auch generell wieder drauf ist, wie der reagiert. So, und was für Autos der hat, Leute, bin ich auch übelst gespannt, Alter. Wenn er da voll die kranken Autos hat, Leute, dann kann der viel Geld damit verdienen. Und ich will viel Geld hier verdienen, ja? Nicht der. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal hier, gucken uns mal ein bisschen hier um. So, erstmal über die Straße. Ey, hub nicht! Das ist ja hier, Leute, wirklich unhöflich, Leute, dass wir einen mal anruppen müssen. Wollen wir mal über die Straße kurz läuft. Ja, ich hab was Wichtiges zu tun hier. Oh, das sind ein paar. Ach du, oha. Was sind das hier für Autos? Was hat er hier denn? Ein AMG CLK GTR, Leute. Oha! Das sieht nicht schlecht aus. Was ist das hier? Das ist ein Lambo. Oha, das ist ein Oldschool-Lambo, Leute. Warte, was steht denn hier? Ein Konad 5.000. 1.000. Okay, 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 okay. Oh, Sue wird sich hier heimlich fühlen. So, gehen wir mal hier rein. Oha, ein M8, Leute. Ein M5. Ein Lamborghini Huracan. Er hat einfach einen Ferrari, Leute. Er hat einfach einen Ferrari. Oha, Leute, so einen bräuchte ich auch, Alter. Unbedingt, ey. Hey, hey, hey. Ah, guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Sind Sie der Inhaber hier? Ja. Oh, oh, oh. Ja, und zwar, ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto, der Herr. Ja, was suchen Sie denn? Oh, ich sag Ihnen ehrlich, der M8 sieht schon schön aus. Ja, der M8 Competition ist ein sehr schönes Modell. Er ist auch unikär, ist auch getunt worden und so. Ja, okay, okay. Er ist ein sehr guter Tuner in der Stadt und ja, ist auf jeden Fall mit seiner Chance mit einem Black Knight Edition Paket ausgestattet. Also, da machen Sie nichts falsch, ne, wenn das Portfolio hat, sagt. Ja, aber ich sag Ihnen ehrlich, bisher meistens hat es mit der Ferrari angetan. Ah, der Ferrari, der Ferrari ist auf jeden Fall, hier haben wir 780 PS von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Das ist Rekordzeit, also. Ja, wäre es denn, wäre es denn möglich, damit eine Probefahrt einfach mal zu machen? Nein, leider nicht, tut mir leid. Wie? Da machen wir jetzt keine Ausnahmen, nee, also, nee, geht leider nicht, nee. Sie verkaufen Autos ohne Probefahrt? Ja, also, wir machen auf jeden Fall auch Probefahrten, aber nur im besonderen Bereich. Also, sprich, wenn jetzt hier Formulare ausgefüllt werden, Adresse, Kopien, also, das dauert ein bisschen, nee. Formell müssen wir was ausprobieren, nee. Ja, kann ich doch machen, kann ich doch machen. Gehen Sie doch ins Büro ein Mal, dann sind die Formulare ready und ich werde dann warten. Ich will eine Probefahrt ungefähr machen, aber ich will das Auto hier kaufen. Ja, dann kommen Sie doch mit, nee. Ja, ich komme sofort, ja? Ich gehe kurz noch aufs Klo. Okay, Leute, Leute, er ist reingegangen, er ist reingegangen. Okay, Leute, Leute, alles oder nix? Nein, 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 ist abgeschlossen, ist abgeschlossen, Leute. Was ist mit dem Lambo, was ist mit dem Lambo hier, was ist mit dem Lambo hier? Ist nicht abgeschlossen. Oh, Leute, wir müssen irgendwie durch. Oh, wir müssen raus hier, wir müssen raus hier, Leute. Der Lambo, wir müssen uns decken, Leute. Ja, auf Wiedersehen. Keine Probefahrt, man selber schuld. Oh, Leute, warte mal, hört ihr das, hört ihr das? Oh nein, Leute, oh nein, die Polizei ist hinter mir, ja, Leute, die Polizei kommt. Okay, Leute, jetzt ist es Test, Leute. Kann der Huacan easy entkommen von den Polizei? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, weg, 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 Leute. Oh, Leute, komm, Lambo, zeig, was du drauf hast, Bro. Nein, 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 nein. Nein, 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 Leute, die wollen mich auf jeden Fall abschießen. Hey, ich muss hier wegkommen, ich muss hier wegkommen. Wow. Oh, blöder Simeon. Was für Raketen, Leute? Was ist denn mit der Polizei los? Was haben die auf der Raketen? Leute, schaffe ich das? Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, die schießen alle komplett auf mich. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein, nein, nein. Oha. Nein, nein, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wow. Oh mein Gott, die schießen wirklich mit Raketen, Leute. Okay, jetzt muss ich Kickdown geben. Ich muss Kickdown. Ja, 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 ja. Und ausgewischen. Wow, 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 wow. Wir müssen weg, wir müssen weg, Leute, Leute. Wir müssen kurz vor dem Weg kommen. Und Kickdown. Ja, 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 Leute, ich glaube, ich verliere die. Leute, ich glaube, ich verliere die, ich verliere die, Leute. Es kommt keiner. Oh, Leute, oh, Leute, wir sind weg, wir sind weg. Ich höre keine Sterne mehr. Ich sehe keine Sterne mehr, Leute. Ich höre keine Polizisten mehr. Ja, Leute, lasst uns schnell zur Werkstatt fahren und das Auto wieder auftunen. Und dass uns keiner mehr wieder sieht, Leute, damit es keiner mehr erkennt, Leute. Ab zur Werkstatt. Oh, Leute, 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 wir sind angekommen, wir sind angekommen, Leute. Schnell, schnell in die Werkstatt rein, Leute. Abschließend, wir haben heute, wir haben auf jeden Fall heute geschlossen, Leute. Oh, Leute, 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 Leute. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Oh, oh, oh. Okay, Leute, wir werden das jetzt hier reparieren. Lackieren, auftunen, Leute. Wir sehen uns sofort wieder, wenn ich fertig bin. Seid auf jeden Fall gespannt, was das für ein geiles Auto sein wird. Bam, Leute, guck mal, wie geil der aussieht. Oh, mein Gott, Leute. Ey, den muss ich eigentlich behalten, Leute. Aber nein, 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 Leute, den werde ich nicht behalten. Und zwar, ich werde jetzt... So, wenn man hier ganz kurz die Tür auf... Ja, dankeschön, Paul Berger. So, mal bitte hier das Tor auf. Leute, wir werden das schöne Ding jetzt hier reinstellen zum Verkauf, Leute. Ich bin mal gespannt, ob ein reicher Typ kommt. Ich stehe in Lambo hier snacken, Leute. Der ist komplett aufgetunet. Ey, was für ein erfolgreicher Tag, Leute, oder? Wir haben ein Auto verkauft, wir haben unser Auto aufgetunet, wir haben das ganze Haus bekommen und wir haben einen neuen Lambo im Haus. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage verlaufen. Wenn ihr auch gespannt seid, Leute, lasst gerne ein Like da. Abonniert die Schöne-Glocke ab und kein Autohaus-Video mehr zu verpasteln, Leute. Weil es werden noch einige hier kommen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Autos sollen wir auch noch verkaufen, Leute. Das war es aber gewesen mit dem Video. Euer Amir. Ciao. Ciao.